Hallo und herzlich willkommen liebe Hobby LKW-Fahrer. Wir fahren jetzt mal Joghurt von Amsterdam nach London. Oh Gott, oh Gott. Wir wollen mal ein bisschen andere Städte kennenlernen. Ich hab gedacht, die Stadt war aber in Holland. Fahren wir mal nach Großbritannien. Ich bin gespannt, ob man da irgendwie so per Straße rüberkommt oder wie auch immer. Und auf der Karte sind wir einfach so quer durchs Wasser gefahren quasi. Oh, das könnte ein länger Auftakt werden. 5,3 Kilometer. Ja, 54. Ja, das ist ja. Ich sag mal, wir fahren zwei Leute raus. Ich höre das bisschen lang. Hey, hallo. Nicht vorwärts fahren, ich möchte. Ich hatte gerade ein Schiff für Blitzer, ich glaube. Jetzt darf ich mal nachfahren. Ne, ich darf nur 50 fahren. Zeig dir mal den Nordnavi da unten an. Efer keine schne, Schweizer rein. war genau vor demes散. Aber goof! H höre das? Das ist ja nichts Foldig. Blöde Geschwindigkeitsmessung hier. Was sind hier für Straßen? Was ist denn da, bist du gecluppt? Ich bin geschwächt, ich bin geschwächt. Wir wissen nicht. Keine Ausfahrt, Vollmacher. Ich bin geschwächt. 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 Noch ein Tunnel. Oh Gott. Das ist hier für Strecken. Das ist ja unglaublich. Ich bin geschwächt. auf der decke langbleiben da war die wand in der wahl der seite mit So lange geht es da? Ja ok, das wird echt eine sehr lange Fahrt, wir waren noch 10 Stunden vor uns. Irgendwann muss ich auch mal schlafen. Das wird mir bestimmt angezeigt. Der Auftrag fehlt, glaube ich, 3700 Watt. Automanns hin. Eine Spur nur noch. Ist das hier kein Schild? Ah, alles gut. Oder doch nicht. Ah, so muss man um die Kurve. Das sind auch so tolle Kurven. Warum lenkst du denn nicht mehr? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Muss ich da jetzt reinfahren? Das ist aber die Schlange. Da sind ja keine Menschen drin. Wollen wir jetzt weiter hier? Klar mitfahren. Ah no! Was machen wir denn jetzt hier? Ja. Okay. So, gut, dann warten wir jetzt erstmal hier. So, da muss ich da hinten das Symbol haben. Oh, man. Mann! Ah, Gabba! Aha! wo ist denn london da das ist doch viel näher dran das doch mensch vorwärts mit der fähre da war ich doch gleich so verkehrt 3.743 ach ja gut dann sehen wir uns gleich in folge 2 wieder